Voller als voll geht nicht, doch beim Arbeitszeugnis. Wieso, das erkläre ich in diesem Video. Hallo, mein Name ist Tim Schmidhäusler. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Geschäftsführer der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Heute geht es um das Arbeitszeugnis. So ein paar Grundregeln zum Arbeitszeugnis will ich euch erklären und worauf ihr achten müsst. Es geht nur um das Schlusszeugnis, also nicht um das sogenannte Zwischenzeugnis. Dazu machen wir vielleicht mal ein zweites Video. Da sind wir schon bei der ersten Frage. Welche Arten von Zeugnissen gibt es denn eigentlich? Ich habe schon gesagt, es gibt das Zwischenzeugnis. Das heißt, wenn ihr irgendwann in einem laufenden Arbeitsverhältnis ein Zeugnis verlangt, beispielsweise weil der Vorgesetzte wechselt oder weil ihr euch vielleicht neu orientieren wollt, dann ist das ein Zwischenzeugnis. Das hat mit der Beendigung nichts zu tun. Das ist auch gesetzlich nicht geregelt, sondern das ist Richterrecht. Also es gibt praktisch Urteile, aus denen sich ergibt, dass man auch im laufenden Arbeitsverhältnis ein Zeugnis verlangen kann. Darum soll es heute nicht gehen. Mir geht es heute um das Schlusszeugnis. Da gibt es zwei Arten und die sind auch gesetzlich geregelt. Das ist § 109 Gewerbeordnung. Das gilt nicht nur für Gewerbe, sondern für alle Arbeitsverhältnisse. Da gibt es das sogenannte einfache Zeugnis. Das enthält praktisch nur die Daten, der Name des Mitarbeiters, die Dauer des Arbeitsverhältnisses, also Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses und vielleicht noch die Tätigkeit. Und es gibt das sogenannte qualifizierte Arbeitszeugnis. Das ist das wichtige Arbeitszeugnis im Arbeitsrecht. Das ist ein Zeugnis, das auch Angaben zu Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers enthält. Welches Zeugnis kann ich denn jetzt verlangen? Als Arbeitnehmer kann ich immer das qualifizierte Arbeitszeugnis verlangen. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen, wenn das Arbeitsverhältnis nur wenige Tage gedauert hat beispielsweise, kann der Arbeitgeber mich dann auf ein einfaches Zeugnis verweisen. Ich muss aber kein qualifiziertes Zeugnis verlangen. Das ist mein Anspruch. Der Arbeitgeber muss es mir nicht von sich aus erteilen. Und ich kann wählen, mache ich ein einfaches Zeugnis oder ein qualifiziertes Zeugnis geltend. Ich rate immer dazu, ein qualifiziertes Arbeitszeugnis zu verlangen. Welche Angaben müssen denn in diesem qualifizierten Arbeitszeugnis enthalten sein? Also beim einfachen Zeugnis ist es nur die Dauer des Arbeitsverhältnisses. Das qualifizierte Zeugnis hat dabei noch weitere Inhalte, die ganz wichtig sind. Das ist zum einen die Art der Tätigkeit, also die Aufgaben, mit denen ihr befasst wart. Dann ist es ganz wichtig, die Beurteilung eurer Leistung. Da gibt es bestimmte Notenstufen, da sage ich gleich noch was dazu. Und es gibt die Beurteilung des Verhaltens, also quasi der zwischenmenschliche Bereich, das Verhalten gegenüber Mitarbeitern, also Kollegen oder auch gegenüber Kunden und dem Vorgesetzten. Die Gründe für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind nur auf Wunsch des Arbeitnehmers aufzunehmen. Das heißt, ihr könnt verlangen, dass die Gründe aufgenommen werden. Wenn ihr aber beispielsweise eine Kündigung bekommen habt, vielleicht sogar eine verhaltensbedingte Kündigung, dann könnt ihr auch sagen, nein, ich möchte die Gründe bitte nicht im Zeugnis haben. Wie muss denn der Arbeitgeber die Leistungen bewerten? Da gibt es verschiedene Grundsätze. Der eine Grundsatz ist der Grundsatz der Zeugniswahrheit. Der Arbeitgeber darf also eine schwache Leistung nicht mit sehr gut bewerten. Er hat aber natürlich einen gewissen Spielraum und er muss das Arbeitszeugnis auch wohlwollend erteilen. Es muss berufsfördernd sein. Das bedeutet, er darf euch mit dem Zeugnis keine Steine in den Weg legen. Der zweite Grundsatz ist der der Zeugnisklarheit. Es müssen also klare Formulierungen gewählt werden. Es darf kein Missverständnis aufkommen. Es muss also wirklich aus dem Zeugnis klar ersichtlich sein, was gemeint ist. Woran erkenne ich denn, ob das Zeugnis gut oder schlecht ist? Also im besten Fall geht ihr natürlich zu eurem Fachanwalt für Arbeitsrecht und lasst das prüfen. Aber ihr habt auch schon selbst die Möglichkeit, grob einzuschätzen, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeugnis ist. Da gibt es bestimmte Formulierungen, die für die Verhaltensbeurteilung gewählt werden, die also üblich sind. Und an diesen Formulierungen könnt ihr etwa ablesen, in welchem Bereich das Zeugnis liegen soll. Kommen wir zurück zur Einleitung. Es gibt im Arbeitszeugnis nämlich voller als voll. Grundsätzlich kann man voll ja nicht steigern. Wenn was voll ist, dann kann halt nichts mehr da rein. Die Leistung kann aber besser als voll sein. Ich fange mal an mit der Leistung oder mit der Formulierung, die typischerweise für ein mittelmäßiges, durchschnittliches Zeugnis mit der Note befriedigend gewählt wird. Die Formulierung lautet nämlich dann, dass der Arbeitnehmer die Leistungen zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt hat. Wenn man die Note befriedigend steigern will, dann kommt eben diese Formulierung, die es eigentlich nicht gibt, mit dem vollsten zum Tragen. Ja, da heißt es dann zu unserer vollsten Zufriedenheit. Voller als voll, zu der vollsten Zufriedenheit. Oder stets zu unserer vollen Zufriedenheit. Das wäre dann die Zeugnisnote gut. Und weil man das ja nochmal steigern muss, um in den Bereich sehr gut zu kommen, gibt es dann auch stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Also das ist quasi immer bis zum Überlaufen. Ja, das ist die Steigerung von voll im Arbeitszeugnis. Und an diesen Formulierungen könnt ihr ablesen, was gemeint ist. Es gibt natürlich Abweichungen nach unten, Bereich ausreichend. Das wäre dann zu unserer Zufriedenheit. Ja, oder noch schlechter, im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit. Da sind wir schon im Bereich mangelhaft. Das wird man aber selten lesen. Dann gibt es häufig Streit um das Ende des Arbeitszeugnisses. Es gibt nämlich eine sogenannte Wunschfloskel. Das heißt, das ist im Prinzip ein Ausdruck des Bedauerns mit guten Wünschen für die Zukunft und einem Dank für die geleisteten Dienste. Auf diese Formulierung hat ein Arbeitnehmer nach der Rechtsprechung keinen Anspruch. Es gibt Ausnahmen, da haben wir schon mal ein Video dazu gemacht, wenn es vorher mal drin stand und der Arbeitgeber streicht es willkürlich raus, wenn er ein Zeugnis korrigiert. Das geht nicht, aber wenn das von vornherein nicht im Arbeitszeugnis steht, dann sagt das Bundesarbeitsgericht immer, da hat man auch keinen Anspruch drauf, weil es eben im Gesetz nicht steht. Wir meinen, dass es inzwischen so üblich ist, dass man eigentlich sagen muss, da wo das fehlt, da fehlt was und deswegen muss es ergänzt werden. Aber wir haben die Arbeitsgerichte nicht in jedem Fall bislang davon überzeugen können. Wir sind aber sicher, dass das zukünftig so kommen wird. Typische Wunschfloskel wäre, wir bedauern ihr Ausscheiden, bedanken uns für die geleisteten Dienste und wünschen ihr für die Zukunft persönlich alles Gute und beruflich weiterhin viel Erfolg oder so. Das ist so eine typische Formulierung, wo man sagt, das ist ein rundes Ende und da scheidet man eben auch im Guten aus dem Unternehmen aus und der Arbeitgeber bedankt sich. Also das ist ein versöhnlicher Abschluss, das macht ein gutes Zeugnis aus unserer Sicht aus. Was könnt ihr denn machen, wenn das Zeugnis nicht so ist, wie es sein soll? Also wenn ihr selber schon feststellt, das Zeugnis ist nicht in Ordnung oder wenn ihr es prüfen lasst und euer Anwalt sagt, das Zeugnis muss man korrigieren lassen, dann habt ihr natürlich einen Anspruch auf Zeugniskorrektur. Das betrifft auf jeden Fall Formulierungen, die negativ sind, die nicht wohlwollend sind, die nicht berufsfördernd sind. Aber die Rechtsprechung geht immer davon aus, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer auch ein durchschnittliches Zeugnis bekommt, das heißt ein Zeugnis im Bereich befriedigend und hat deshalb eine Beweisregel entwickelt, wonach der Arbeitnehmer, der ein Zeugnis haben möchte, besser als befriedigend darlegen und beweisen muss, dass er eben besser als befriedigend gearbeitet hat. Und der Arbeitgeber, der negativ abweichen will, also schlechter als befriedigend, muss wiederum darlegen und beweisen, dass der Arbeitnehmer schlechter gearbeitet hat. Meistens enden solche Rechtsstreite vor dem Arbeitsgericht dann mit einem Vergleich, denn eine Beweisaufnahme zu der Frage, wie gut jemand gearbeitet hat, ist wahnsinnig schwierig. Wenn ihr nicht gerade am Fließband arbeitet und da quasi Stückzahlen habt, die ihr mit den Kollegen vergleichen könnt, sondern wenn ihr irgendeinen Schreibtischjob habt oder irgendwo im Service arbeitet, dann ist es eigentlich kaum abzugrenzen, ob das jetzt befriedigend gut oder sehr gut war. Wenn ihr noch gar kein Zeugnis bekommen habt oder wenn ihr eins bekommen habt und das muss korrigiert werden, achtet bitte darauf, dass da Fristen laufen. In vielen Arbeitsverträgen gibt es Verfallklauseln. Das bedeutet, dass ihr Ansprüche aus dem Arbeitsfeld innerhalb bestimmter Fristen gelten machen müsst. Das sind in der Regel drei Monate. Kürzere Fristen wären wahrscheinlich unwirksam, hängt aber vom Einzelfall ab. Also wenn ihr nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses drei Monate lang auf euer Zeugnis gewartet habt, bitte geht zum Anwalt, lasst das durchsetzen. Es kann sonst sein, dass der Zeugnisanspruch verfällt, allein aufgrund der Verfallklausel. Dann gibt es noch die sogenannte Verjährungsfrist. Die spielt wenig eine Rolle in der Praxis, denn die beträgt drei Jahre zum Jahresende. Was viel häufiger vorkommt, ist, dass man quasi, wenn man zu lange wartet, auch wenn keine Frist geregelt ist, der Arbeitgeber sagt, also jetzt haben Sie Ihren Anspruch aber verwirkt. Sie haben jetzt ein Jahr lang sich nicht gemeldet. Da konnte ich doch davon ausgehen, dass Sie gar kein Zeugnis mehr haben wollen. Oder, dass Sie das Zeugnis, was ich Ihnen erteilt habe, auch akzeptieren. Wenn Sie nach einem Jahr dann mit einem Änderungswunsch kommen, dann ist das aus meiner Sicht zu spät. Dann kann das verwirkt sein. Und die Arbeitsgerichte sind da wirklich sehr schnell dabei, diese sogenannte Verwirkung anzunehmen. Möglicherweise auch, weil diese Zeugnisstreite wahnsinnig aufwendig sind. Also die gehen schon nach vier, fünf Monaten oft davon aus, wenn man sich da nicht rührt, dass man das Zeugnis akzeptiert oder eben, dass man quasi darauf verzichtet, ein Zeugnis zu bekommen. Also auch da, wenn im Arbeitsvertrag keine Frist steht, lasst nicht zu viel Zeit verstreichen. Geht rechtzeitig zum Fachanwalt für Arbeitsrecht. Der hilft euch da weiter. Also wenn ihr nach drei Monaten was unternehmt, seid ihr da eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn ihr dazu Fragen habt, ihr könnt euch gerne an uns wenden. Wir bieten dazu eine kostenlose Erstberatung an. Übrigens natürlich auch zu allen anderen Rechtsgebieten, die wir so bearbeiten. Und wenn euch da weitere Informationen interessieren, guckt doch mal auf unserer Homepage nach oder abonniert einen unserer Kanäle in Social Media. Da haben wir immer aktuelle Informationen für euch. Vielen Dank.